Es ist wirklich eine Freude und eine Ehre teilzunehmen. Ich war sehr überrascht, ich habe diese Einladung bekommen und ich bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit habe, meine Bilder da zu zeigen und anwesend zu sein im Zug. Ich fahre vor ungefähr vier Jahren in China, habe ich eine Reise gemacht auf die sogenannte Seidenstraße, Silk Route auf Englisch heißt es. Und ich mache, das ist für mich, das ist ein zehnjähriges Projekt. Ich mache Bilder von verschiedenen Gebieten auf dem Silk Route und die Uyghurs im westlichen Teil von China. Das ist eine uralte Kultur und das war natürlich ein Teil von dieser Reise. Und leider, heutzutage ist es schwierig, diese Fotos, es wäre schwierig, diese Fotos heute zu machen, weil es ist so streng kontrolliert und diese Kultur verschwindet. Und ich versuche während dieses Projekt Kulturs zu fotografieren, die langsam verschwinden, dass die sind für die Zukunft, dass man kann sehen, wie die Leute auch aussehen, wie sind die Traditionen und so weiter. Und natürlich, Lebensmittel, Essen gehört dazu. Das ist ein sehr wichtiger Teil von der Kultur. Es ist sehr streng kontrolliert, weil die Uyghurs, die sind Muslime und China hat diese Leute, die wollen diese Leute, habe ich das Gefühl, die wollen die Leute kontrollieren. Es ist ein sehr lange, historisches Problem. Also ja, ein politisches Problem. Ich wollte, also ich habe die Fotos, die meisten Fotos habe ich in dieser sehr alte Stadt Kaschgar gemacht. Und Kaschgar ist heute relativ modern. Es entsteht immer noch nur ein ganz kleiner Teil von Kaschgar, vom alten Kaschgar. Und ich habe dann speziell gesucht, die Teile der Stadt, wo die Uyghurs, die Traditionen noch zu sehen sind. Und vor allem im Markt. Es gibt so einen Viehmarkt, also Tiermarkt generell. Und da essen die Leute auch. Also die kaufen, die verkaufen die Tiere und also Schäfe werden geschlachtet, zum Beispiel da am Ort. Und das Essen wird dann vorbereitet. Und die Leute, die nehmen eine Pause und dann die essen da am Marktplatz, ja. Ich habe die Uyghurs, habe ich gefunden, die sind sehr freundliche Leute. Niemand hat geklagt, die haben gelächelt sogar. Ich habe versucht, durch die Dolmetscher mit den Leuten zu reden. Und das Kontakt war gut. Also ich habe wirklich eine gute Erfahrung. Und wie immer, wenn man freundlich ist, wenn man lächelt, dann nach ein paar Minuten die vergessen, dass man mit der Kamera anwesend ist. Das ist natürlich schwierig, aber man kann ein bisschen von der Atmosphäre zeigen. Ein Bild zum Beispiel, man sieht, also die Kochen, die kochen diese Knödel. Es gibt viel Dampf. Also kein moderne Küche, sehr altmodisch. Das ist schwierig. Es ist schwierig, aber generell die Atmosphäre ist ganz anders. Das Kochen auf dem Marktplatz, das ist ja etwas Spezielles. Ich bin sozusagen mit Schwarz-Weiß aufgewachsen. Also ich habe begonnen, Fotos zu machen in der Küche von meiner Mutter. Und damals war es alles chemikalisch, keine Digital-Technologie damals. Und ich habe Schwarz-Weiß fast im Blut. Also es ist ein spezielles Medium und man muss sich auf Form und Schatten und Helligkeit, man muss auf diese Sachen achten. Es nimmt weg die Farbe natürlich und das Resultat ist etwas anderes. Das Bild, was mir am besten gefällt, ist das Kind. Das Kind hat eine Schale mit Suppe drin. Und man sieht ein bisschen die Traurigkeit in den Augen und für mich, dass das spiegelt die Situation in Xinjiang Province, in Kashgar. Mit Schwarz-Weiß Mit Schwarz-Weiß Untertitelung des ZDF, 2020